Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute geht es nochmal um das Thema Lust und zwar stelle ich euch ein gewisses Modell vor, das euch erleichtern könnte, einen besseren Zugang zu eurer Lust zu gewinnen. Und natürlich gibt es wie immer ein paar Tipps dazu. Bleibt also dran! Hallo Freunde der klaren Worte! Heute geht es mal wieder um das Thema Lust und ich möchte euch heute ein Modell vorstellen, das euch helfen kann, egal ob ihr lustvoll seid oder weniger lustvoll seid, eure Lust ein bisschen besser zu verstehen und vielleicht selber Einfluss draufzunehmen. Denn heutzutage verändert sich alles absolut schnell und weil eben Schnelllebigkeit nicht unbedingt lustfördernd ist, möchte ich euch vor allen Dingen für die Leute etwas geben, die sagen, ich leide darunter, dass meine Lust eben nicht mehr so stark ist. Und deswegen bleibt heute dran! Ich möchte euch heute eine Theorie vorstellen, die euch hilft, das eigene Lustempfinden besser zu verstehen. Ein kleiner Teil meines Lustprojekts, also dieses Workbooks, das ich auch noch verkaufe online, das basiert im Übrigen auch auf diesem Modell und ich finde, es hat sehr gute Effekte. Die Theorie, die ich euch heute vorstelle, nennt sich Dual Control Modell und ich finde die deswegen so gut, weil sie sehr einfach, aber auf der anderen Seite durchaus umfassend ist. Das Dual Control Modell erklärt, dass unser sexuelles Verlangen von zwei entgegengesetzten Kontrollsystemen beeinflusst wird. Zum einen dem Anreizsystem, zum anderen dem Kontroll- oder Bremssystem. Das Anreizsystem ist, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, dafür verantwortlich, dass wir nach sexuellen Anregungen und Belohnungen streben und natürlich auch selber dafür was tun, dass wir die bekommen. Es ist mit positiven Emotionen verbunden und natürlich mit dem Gefühl des Belohntseins, sprich Freude und Lust. Das Kontrollsystem reguliert unsere Impulse und hilft uns dabei, Risiken abzuwägen sowie unser Verhalten zu regulieren. Wenn wir uns das anders vorstellen, zum Beispiel in Form eines Autos, ist unser Anreizsystem eher das Gas, dass wir ganz schön Vollgas auf 180 über die Autobahn brettern können und die Bremse ist quasi das Kontrollsystem, das uns hilft, nicht ganz so schnell zu sein oder eben auch uns der Geschwindigkeitsregulierung anzupassen. Jetzt kommen wir auch schon zu dem Thema, wie du dieses Modell nutzen kannst, um deine Lust zu regulieren, in diesem Fall zu verstärken. Ich kann natürlich noch ein anderes Video machen, in dem ich versuche, mit diesem System zu erklären, wie du deine Lust auch nach unten regulieren kannst, weil es gibt auch Menschen, die darunter leiden, dass sie sehr, sehr viel Lust haben und da könnte ich mit einem neuen Video auch darauf eingehen. Also gerne unten drunter kommentieren, wenn es euch interessiert. Als absolute Nummer eins und Tipp Nummer eins, den ich euch geben möchte, wenn ihr eure Lust nach oben bringen wollt, ist darüber nachzudenken, was eure Lust eigentlich bremst und hemmt. Das kann sowas sein wie Stress, aber auch negative Gedanken, aber auch so Sachen wie Beziehungsprobleme, die eure Bremse ganz schön treten. Als zweiten Tipp gebe ich ganz gern das Thema Fantasien erkunden. Auch in diesem Modell ist es hilfreich, die eigenen Fantasien stärker zu erkunden, denn sie helfen uns, unser Potenzial zu erkennen und zu verstehen, was unsere Anreizsysteme eigentlich wollen, um Spaß zu haben. Das heißt, erkunde deine Fantasien, lass ihn freien Lauf. Als Tipp Nummer drei gilt auch wie überall, einfach mal neue Dinge auszuprobieren, neue Techniken, neue Reize setzen, einfach für den neuen Kick, dafür, dass neue Impulse da sind und dass auch dieses Anreizsystem wieder denkt, ah, da kommen neue Dinge, ah, da kann man was anderes ausprobieren und vielleicht eben auch zu merken, das, was wir gerade bisher getan haben, ist eigentlich sowas für die Bremse und das, was vielleicht mein Anreizsystem stärker machen würde, das haben wir noch nicht ausprobiert. Deswegen ermutige ich auch hier wieder zu neuen Experimenten. Und auch Tipp Nummer vier habe ich schon häufiger genannt, gilt aber auch in diesem System, nämlich mit dem Partner über die eigenen sexuellen Wünsche und Bedürfnisse zu sprechen. Denn nur wenn dein Partner, deine Partnerin versteht, dass deine Anreize vielleicht ganz woanders liegen oder wenn du merkst, eigentlich kickt dich oder reizt dich genau das, was du im Kopf hast, viel mehr als das, was ihr vielleicht praktiziert, dann ist es viel wichtiger, dass ihr über diese Anreize sprecht, damit auch dieses Anreizmodell wieder in eurem sexuellen Leben Platz hat. Tipp Nummer fünf ist etwas, was ich meistens nicht so viel fokussiere, aber was auch ganz wichtig ist und vor allen Dingen auch in diesem Modell sehr schlüssig erscheint. Nämlich schaut nicht nur darauf, dass ihr ganz spezifisch auf die Lust hinarbeitet, sondern schaut auch auf eure Lebensweise. Das Thema Lust hat ganz viel mit Lebensweise zu tun. Wenn ihr übermüdet seid, wenn ihr schlecht ernährt seid, wenn ihr zu wenig Sport macht, also der Körper zu wenig aktiv ist, dann hat das System zu wenig Anreiz. Sprich, es geht darum zu gucken, hast du genügend Schlaf? Hast du genügend Auszeiten? Fühlst du dich zu sehr gestresst? Ist dein Lebenswandel gar nicht dazu da, dass dein Körper, dein Kopf Lust haben kann oder ist es sogar so, dass du vielleicht zu sehr gelangweilt bist, dann kann es sein, dass das eher dein Bremssystem und dein Kontrollsystem befeuert als dein Anreizsystem. Wenn du aber überreizt bist, kannst du natürlich auch nicht mit noch mehr Anreizen irgendwas rauspushen. Dann geht es darum zu gucken, wie kannst du reduzieren, um eben an den gewissen Stellen wieder mehr Anreiz reinzugeben. Und das ist was ganz Wichtiges. Natürlich ist es alles nicht so einfach und manchmal ist es ganz schön komplex. Deswegen braucht es immer wieder auch die Schleifen zu schauen, was bremst mich eigentlich, aber was würde mir Anreize geben. Und ganz häufig ist es im Thema Lust so, dass es mehrere Dinge braucht, um Veränderungen herbeizuführen, die Lust herbeiführen. Manchmal ist es auch ganz leicht, aber ganz häufig müssen wir leider Lebensbedingungen verändern oder eben auch mit dem Partner gewisse Gespräche führen, dass Lust überhaupt wieder entstehen kann. Ich möchte dich ermutigen, die fünf Tipps nochmal genauer anzugucken und genau die Stellen nochmal zu vertiefen, denen du aus dem Weg gehst oder wo du sagst, da ist es wirklich schwierig. Denn meistens hängt da ganz viel Schatz dahinter. Und dementsprechend möchte ich dich dazu nochmal ermutigen. Tu's. Handle. Es ist nicht alles damit getan, dass wir eine Erkenntnis haben, sondern wir müssen auch Dinge tun, dass die Lust wiederkommen kann. Denn nur von alleine Videos gucken oder alleine Bücher lesen oder nur die Erkenntnis haben, verändert sich leider nicht so viel. Das kann dir einen Impuls geben, das kann dir den ersten Schritt geben, aber wenn du möchtest, geh einfach noch einen Schritt weiter, mach dir einen Plan und handle danach. Hört sich vielleicht unsexy an, aber ich kann dir aus zehn Jahren Sexual- und Paarberatung sagen, dass auch nur das Handeln dazu führt, dass es etwas verändert. Setz dich also ans Steuer deiner eigenen Lust. Und wenn du das möchtest, dann hol dir auch Unterstützung. Denn es gibt Menschen, die dich gut begleiten. Ich bin eine davon, aber du musst nicht unbedingt zu mir kommen. Es gibt auch ganz viele andere Menschen, die Menschen begleiten, in ihre Lust wieder reinzukommen. Ich empfehle das, weil gerade dann, wenn deine Lust weg ist, dann bricht dir ganz schön viel weg aus deinem Leben. Und meistens verändern sich auch andere Dinge in deinem Leben zum Positiven, wenn du deine Lust wieder stärker im Blick hast. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei, das Steuer wieder rumzureißen und vielleicht wieder mehr Anreiz reinzubringen und vielleicht die Bremsen ein bisschen rauszunehmen. Und dann kann das Ganze schon wieder ganz anders aussehen. Ich wünsche dir eine gute Zeit und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!